Liebe Freunde, es ist mal wieder Zeit, dass wir auf Omme gehen. Yes! Ich bin auch dabei. Er ist auch dabei. Okay, er ist auch dabei. Der Rizzo, der. Ich zieh mich aus. Ist das nicht schön, dass wir mal wieder zusammen sind? Das ist ja so lange her. Sollen wir nicht auch wieder heute den Maxi einen Girlfriend suchen? Mit dem Girlfriend? Ja unbedingt. Mit dem bisschen Liebe? Ja, machen wir. Ansonsten sitzt Maxi in der Mitte, dann kann man ihn besser präsentieren. Maxi in der Mitte? Dann ist er ja schon verpackt von uns. Warte, du kamst in die Mitte? Ey, sollen wir mal einfach machen? Wir gehen einfach mal rein. Ich hab ein bisschen Angst vor Omme. Let's go. Hallo. Hi. Oh mein Gott. Krass. Ich freu mich gerade. Du musst aufwachen. Wie heißt du, wie heißt du? Ich heiße Stefan. Wach auf, wach endlich auf. Du bist seit 20 Jahren in einem Koma. Bitte wach auf. Boah. Boah. Dieb geworden. Das war wirklich dieb geworden. Boah. Ey. Das war sehr lustig, aber jetzt bitte wach wirklich auf. Bitte, bitte. Das ist so krass, euch immer zu treffen. Ja, vor einem Maxi zu treffen. Ja, vor einem Maxi zu treffen. Oh Mann, nein. Weißt du, was wir gerade suchen? Was denn? Wir suchen für... Wie alt bist du? 17. Wir suchen gar nichts. Alles gut. Hatte ich komplett auch erledigt. Ich habe nichts. Okay. Wir suchen mal weiter. Wir suchen mal weiter. Nee. Nee, nee. Na, tschau. Ihr seid cool. Tschau, tschau. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Schrei Leute einfach an jetzt. Ey. 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 Justus. Ey. No way. No way. No way. Wie geht es dir? Das kann es doch nicht sein. Jungs. Möchtest du, dass wir von beiden Seiten Maxi küssen? Ja, auf jeden Fall, bitte. Wir suchen mal weiter. Ich wünsche euch Glück. Weil sonst muss Maxi heute alleine schlafen gehen. Das wollen wir nicht. Julien Bäm, ey. Julien. Was? Rezo. Nein, die verhaschen uns. Ey, Rezo. Ich habe einfach den Kopf geschüttelt. Das war glaubwürdig. Ey, was geht bei euch? Ey, sagt die Verlobte. Sie sind live gerade. Sagt nichts Schlimmes jetzt. Grüß meine Verlobte, bitte. Grüß meine Frau. Du bist die Verlobte? Ich bin Betreuerin. Ich bin nicht die Verlobte. Das ist meine Verlobte. Ach so, du bist nicht die Verlobte? Nein, Leute, ich bin nicht so alt. Ganz kurz, wie alt bist du denn? Das bleibt ein Geheimnis, das möchte ich nicht weitergeben. Okay, du sagst 25, irgendwie so plus minus. 23. Ich bin tatsächlich 28. Bist du denn basically noch zu haben? Weil wir suchen jemanden für den Maxi. Oder bist du sehr unglücklich vielleicht gerade? Nee. Ist nicht drin. Okay, aber ich habe kein Interesse. Ich wünsche euch einen schönen Abend. And I will always love you. Bist du jetzt jealous gerade? Okay, liebe Freunde. Du bist den ganzen Tag heute schon so. Hallo? Hallo? Reitwinkel oder was ist hier los? Deine Kamera ist aber ganz anders nah. So fühlt es sich an, mit jemandem zu kuscheln. So wenn du so mit jemandem weg liegst. Das ist so, wenn du mit jemandem rumknutschst und dann die Augen aufmachst. Ich wusste nicht, dass ihr auf Omo unterwegs seid. Streamt ihr oder was? Jeden Abend. Wir treffen uns jeden Abend zu dritt. Ach so. Wenden einfach so ein bisschen. Wegen Stress und so dies, das. Mein wie schön. Und dann chillen wir hier ein bisschen trinken und suchen der Maxi was Schönes. Mein wie schön. Ein Freund von mir im Discord meinte gerade, er würde mit Maxi das ein oder andere machen. Aber ich glaube, das wäre nicht so schön, wenn ich das jetzt erwähne. Wer hat das im Discord gesagt? Mein Freund Miguel heißt der. Ich glaube, der sollte eigentlich, deswegen ist er auch nicht auf Omo unterwegs. Er wurde gebannt. Weil der gesagt hat, er will Maxi hauen oder was? Nein, nicht hauen. Ihm einen bluten. Ja. Basically. Nimm den Preis an. Nein, nein. Er ist minderjährig. Hallo. Oh mein Gott. Ich hab nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gedacht. Das waren deine Worte. Sie hämmern schon an der Tür. Ist vorbei. Das war's. Hallo. 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 Ich hab einen süßen Hund. Wollt ihr sehen? Ja. Hä, wie süß ist das denn? Oh. Wie heißt dein Hund? Baileys. Willst du den vielleicht in Maxi umbenennen? Gerne. Guck mal, wie siehst du unsere Chancen heute für Maxi jemanden zu finden? Naja, wenn er mich nimmt, dann sehe ich die Chancen hoch. Entschuldigung, bevor wir weiterreden, wie alt bist du? Ja. Ja. 22. Now we're talking. Okay, Jungs. Wie mach ich das jetzt? Warte mal kurz. Was muss ich machen? Wir lassen sich einfach mal rein. Ich war noch nie so weit. Jungs. Du machst das. Hallo. Die Vorlage ist da. Viel Spaß. Let's go. Magst du mir vielleicht deinen Instagram-Namen geben? Äh, das Ding ist, wenn ich dir den gebe, ist ein bisschen cringe. Schreib einfach in den Chat, sieht keiner. Aber Maxi, ich hab dir schon mal geschrieben. Das ist jetzt nicht gut. Hab ich geantwortet? Nein. Ach, scheiße. Dann schreib mir noch mal. Warte, warte, es ist noch schlimmer. Jungs, warte doch mal kurz. Ey, warte, nein, nein, nein. Warte, warte, es ist noch schlimmer. Lisa und Ju, ich hab euch auch geschrieben, ob ihr mich mit Maxi verkuppeln könnt. Warte, warte, wenn wir jetzt nachgucken, wir gucken nach. Wie heißt du? Du musst jetzt einmal kurz sagen, wie du heißt. Hey, ich kann deinen Chat gar nicht aufrufen, weil ich... Heißt du, oder? Doch, ich kann's. Ey, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Alles gut. Wir lesen die nicht laut vor. Lies mal vor, bitte. Ich lese es aber so ein bisschen in deiner Stimme vor, ja? Hey, du und Rezo. Könnt ihr nicht mal ein cutest Date für mich und Maxi organisieren? Ich wäre bestimmt eine gute Schwiegertochter für euch. Daddies. Okay. Ey, Entschuldigung. Wie krass ist das denn? Ich werde alles dafür tun, dass das passiert. Also, wir können ja einmal kurz so klären. Du bist Single wahrscheinlich gerade. Und was ist dir wichtig in einem Mann? Menschen mit Humor finde ich schon mal sehr gut. Ja, hat Maxi. Wir lachen den ganzen Tag. Den ganzen Tag, wenn Maxi da ist. Und natürlich liebevoll und vertrauenswürdig. Total. Aber soll ich dir was sagen, was noch eine Qualität von ihm ist? Hm. Sehr gut. Das kann man einfach so wertfrei einfach so als Tatsache erstmal in den Raum stellen. Und damit hast du Erfahrung dann? Genau. Ja, ja, klar. Also ich kann das aus erster und zweiter Hand sagen. Ja, amazing. Dann ist es ja ein Match. Es war wunderbar. Wir wünschen dir einen wunderwunderbaren Abend. Euch noch viel Spaß. Ja. Vielen Dank. Und jetzt sucht ihm aber keine bessere, ne? Nein, nein, nein. Du bist die Beste. Okay, dann bin ich aber auch dabei. Bitte? Was? Du möchtest... Entschuldigung. Du bist dabei, wenn wir einen Typen und Maxi und du zu dritt... Das hast du jetzt so interpretiert. Warte mal. Warte, warte, warte. Wie weit können wir das Spiel treiben? Was ist mit einem Typen, einer Frau, Maxi und du? Muss man mal gucken, ne? Weil Maxi macht es nicht anders. Bei drei ist der Kalf. Bei drei bist du noch sehr down. Ab vier ist dann nicht mehr so. Ja, kommt natürlich auf die Beteiligten an, ne? Naja, wenn jetzt ihr drei, dann sind vier auch okay. Na, Jungs, ne? Wir freuen uns alle drei sehr, uns mit ihr zu treffen. Es wird ganz hervorragend. Wir wünschen dir einen wunderschönen Abend. Bis ganz bald. Ist er am Wanken? Bist du am Wanken? Bist du am Wanken? Warte mal, ist das jetzt ein gespieltes Video oder ist das jetzt echt? Die Frage ist, ob du am Wanken bist, weil man sieht nur dein Gesicht. Es ist relativ sus. Schwarz-lackierte Fingernägel. Schwarz-lackierte Fingernägel. Ja, sag ich doch. Bester Hudi. Du und Rezo, ich war gerade am Laptop, ich wurde wegen Hobbylos gebannt. Nein. Was? Wegen Hobbylos? Warte, ich zeig euch das. Und zwar, warte, ich mach kurz die Kamera um. Ich wurde, weil ich die Fünf-Sterne-Bewertung hingehalten habe, wurde ich gebannt. Wer es noch nicht kennt, bester Podcast. Was? Du wurdest von wo gebannt? Bei OmmelTV, vom Laptop aus. Weil du in die Kamera gehalten hast, dass du fünf Sterne gewertet hast. OmmelTV, können wir mal kurz reden? Ich glaube, das sind Leute, die sprechen nicht unsere Sprache. Doch, OmmelTV spricht dann natürlich meine Sprache. Nein, nein. Ich spreche die Sprache Geld und Korruption. Ja, stimmt. Die spricht jeder. Das ist die Sprache. Kenn ich nicht, ich bin zu jung dafür. Du wirst das noch lernen. Hast du eine Message für die Welt an OmmelTV? Ja, die ganzen Mitarbeiter sollen erst mal fünf Sterne geben, oder? Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Espanol. Du fährst jetzt in Spanien. Wir sind aus Deutschland. Wir sind aus Deutschland. Ah, shit. Wir machen ein Video. Du willst etwas zu unserem Publikum sagen? Ich bin Serbisch. Was bedeutet das? Es bedeutet, Serbisch. Ich f*** deine Schwester. Ich glaube. Okay, perfekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, Mann. Okay, Bro. Have a good day. See you next time. Liebe. Freunde. Nee. Einfach so ein Zwölfjähriger, der vape. So ein Elf war alles kaputt. Weiter tanzen. Oh, okay. Das kommt vor. Ey. Ey. Ey, no way. No way. Oh mein Gott. Du siehst aus, als hättest du auf ihn gewartet. Ja. Ja? Hast du auf ihn gewartet? No joke hab ich. Okay. Aber warte, warte, warte. Im Leben wartest du auf Maxi, oder? Ja, natürlich. Ganz kurz. Wie alt bist du? Ich bin 21. Wir suchen für den Maxi. Eine Freundin. Wir suchen einfach jemanden, wo eine Connection da ist, wo Liebe da ist, wo vielleicht sich was entwickeln kann. Für die er kochen kann. Auch mal sauber machen. Da sein kann. Passieren kann. Ja, einfach so hinten, wenn man so einen schwierigen Tag hat, einfach so vor der Arbeit kommt und dann so sagt, ach Schatz, komm, entspann dich. Aber das bist du gerade. Genau, das bist du. Ah, nice. Er kommt von hinten und macht so. Ja, genießt es auf jeden Fall. Vielleicht macht er auch sowas. Nein, auf jeden Fall nice. Also bist du down? Ich bin down. Heute ist mein Tag. Heute ist dein Tag. Heute ist Maxi's Tag. Heute ist Maxi's Tag. Was war das denn? Ich dachte, wir wollten Rezo-Check hier nicht. Ja, ich weiß, ich wollte auch mal mit dabei sein. Wir haben dich. Ja, dann macht ihr okay. Nee, ich will jetzt nicht. Guck mal, tauscht doch mal Instagram aus. Aha. Der Maxi hat gerade noch gesagt, er weiß gerade nicht, wo er schläft heute Nacht. Kein Platz. Das ist schlecht. Wir hätten ihm auch angeboten, dass er bei uns schlafen kann. Aber ganz schlecht auch mit dem Platz. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Kann es auch zu mir kommen. Aha. Guck mal, du schreibst sie jetzt an. Natürlich. Du kommst vorbei, ne? Mhm. Ich glaub, er hat da schon jemanden gefunden. Also, Rezo. Bitte? Ich glaub, er hat da schon jemanden gefunden. Das ist hier rein oberflächlich. Ja. Das ist einfach nur dreckiger Sex. Weil wir uns nicht respektieren. Aber ihr beide, ihr könntet eine Connection haben. Ich bin dabei. Hm? Sie ist dabei. Ja. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Wir machen das Video zu zweit weiter und Maxi... Kommt vorbei. Dann geht Maxi jetzt mal los. Unser Job ist getan. Das Video ist damit beendet. Ja. Wir haben es geschafft. Nein. Nein, doch, nein. Ich kann's auch gar nicht glauben. Wir machen gerade die Abmoderation. Wollt ihr die Abmoderation machen? Könnt ihr kurz Abmoderation machen? Danke fürs Zugucken. Video liken, abonnieren. Und die Glocker aktivieren. Sehr gut. Perfekt. Das war's. Bis dann, Leute. Bis bald. Ciao.